Hört sich viel versprechend an. Ja, schön, dass du eingeschaltet hast. Habt's mal ein Showdown, bitte. Bei der ist noch ein Raccoon in der Chat, hallo. Hallo. Habt ihr den Linkskanal benutzt? Nice. Geil. Da kann ich erstmal nachgucken. Dankeschön. So, mal gucken. Bam. Da ist er wie eine Axt. Ne, da bin ich mal ein Baseballschläger zurückkommen. So toll ist er nicht. Ne. Der hält den ja auch so wie so eine Axt. Beim ersten Versuch. Wenn die ja immer so, wenn die immer fliegen würden. Also, daraus und nicht dann immer auf drei verschiedene Art und Weise. Wieder Axt. Ja, die fliegen immer irgendwie anders. Oh, Feuer. Oh, Feuer. Oh, Feuer. Oh, ja. Für was den? Für die Hive? Hast du eine Hive irgendwo? Hm. Was ist ja? Oh, jetzt ist die Linkskanal. So, so eine Grille Laterne. Ach doch, hier. Was? Ach so, geh an. Let's go. Och, nee. Laternenzug. Laterne, Laterne. Oh, hier ist auch eine Laterne. Oh, das war super toll. So, direkt vor der Mappe, ja. Ach so. Das heißt, hier haben wir nach ziemlich grausamen Sterben mehrerer Menschen ein. Der auch viel zu lang zuhauen damit. Bestmarschläger ist bam. Bestmarschläger erinnert mich noch ein bisschen mehr so an, 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 an Dead Island oder so. Schön, die Zombies rein, so bam. Hier ist halt eher so, mh. Ja, oh, oh, fast. Naja. Alles gut. Easy. Oh, Morty. Brauchst ein Morty? Keiner den... Das hat keiner den Dings mitgenommen. Der wird? Den Hinweis. Ach so, stimmt, den gibt's auch noch. Wir haben sie das reingepischt. Du bist so in deinem Bamm vertieft. Bamm. Ich dachte, den hätten wir schon. Ealing? Ist der Dark Inferno-Gedöns eigentlich schon zu Ende? Nee, das ist, glaube ich, nur am Wochenende. Ach so. Und das ist auch dann auf der Special Event Map. Und die Special Event Map ist wohl nur am Wochenende. Ich dachte, der ist da voll auf einer. Hundi! Warte, brauch ich dich irgendwie? Brauchst du Hundi irgendwie? Ich hab den Platz gemacht. Reicht das? Sehr gut. Danke. Hallo. Entschuldigen Sie. Hier vorne gibt's Morty. Oh, da ist ein Morty. Wie heißt der nochmal? Marvin. Marvin. Morty ist da vorne. Ich wollte gerade sagen, ich hab mich immer verwechselt. Morty. Warte, ich will mich kurz Morty holen. Morty. Du geile Nudel. Hey, ich bin hier. Komm hier ab. Hallo. Tschüss. Da hast du dir aber jemand mit feurigem Charakter geholt. Klar. Komm. Na, Runde. Hä? Hab ich sie getroffen? Was? Ich hätte dich mit dem Hammer getroffen. Nein. Och, okay. Ja, den ist ja gut. Weil das halt so... In mir schmieden mit mir schmieden. Hallo. Tschüss. Och, nee. Der stinkig. Der wendt. Der wendt, der wendt. Ein Lichtlein brennt. Also auch bald wieder. Warte, ich hab den... Nee, alles gut. Du was? Nee, schon gut. So, ich hol mal hier Punkte. Hauptsache, keiner alleine lachen, ne? Ja, nee. Nee, 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 nee. Ja, ich lach gerade alleine. Das ist schon gut. Ich hab den Stream an. Ja, dann müssen sie dich doch alleine. Ja, majo. Das ist... Ist hier noch irgendwas passiert? Also in der Tee gar keine... Dass der Wasserspaß rausgepatcht ist? Ich brauch den doch noch. Nur Katos. Stadiumurlaub. Das ist halt echt so. Kaffee durch. Nein. Jetzt ist auch egal. Ja, weil die sind nur so genug haben. Komm her. Bam. Äh, der macht aber ganz schön wenig HP. Äh, ganz schön wenig der Mensch HP macht er auch nicht, aber... Oh, oh. Ach, ich bin am Bluten. Easy, Snack. Oh, das ist noch sauer. Man ist halt echt nicht geil. So, ich muss mal eben kurz HP regenerieren. Oh, oh. Rotes Fass. Mach mal eine Fackeln aus, die du siehst. Och, noch mehr. Wie viele Fässer? Ja. Hör auf damit. Oh, oh. Muss los. Ich beschreibe mir gar nichts. Na? Bauer. Der hat einen Stachel dran ins Gesicht geworfen. Sag mal, wie viel hält der denn aus mit der Mama? Ist noch weiß. Ja. Er ist ja so leise. Er hat geschrien. Bam. Bam. Giftsinn. Da lieb, da lieb, da lieb Giftsinn rum. Geil. Warum hab ich das denn auf Deutsch? Okay. Ja gut, man kann natürlich auch einfach durch. Da renne ich durch, da kenne ich nichts. Konsequenz und so. Ja, ne? Ich krieg die, ich krieg die AP-Bug noch wieder. Ist ja nicht schlimm. Deswegen. Das halb ich einfach. Das ist richtig. Deswegen hab ich mir ja die Halsspritze reingeschmissen schon. Sag mal, wieso passt denn hier nichts hin? Hallo. Ah. Nein. Was? Nein? Doch. Oh. Hallo. Hallo. Ach, so geht's. Toll. Hm. Wieder geht's rein? Das muss alles seine Ordnung haben. Ja, mir Bauvorschriften. Mhm. Geht nicht einfach so. Okay, irgendwann Headshot. Pass auf. Bam. Was ist denn da? Bin runtergefallen. Nicht gut. Was ist denn so? Hab Spaß von. Ich mag das Geräusch von brichtenden Knoppen. Cool. Toll. Möchtest du vielleicht nächst mal den Bismarzt-Schlänger mitnehmen? Ich frag von woher. Oh, warte mal. Ich hab ja Marvin. Marvin. Geh mal gucken. Möchtest du schon eine A38? Ist halt echt so. So. Marvin. Und Jürgen, siehst du was? Öh, nö. Ne? Cool. So sieht das alles so aus. Da ist der Raum oder ist der Raum so dahinter. Aber wenn da jetzt ein Fenster drin wäre, wäre übel. Hat einer Schaden bekommen? Irgendwann war das auf ein Geräusch? Nein, ne. Okay, ich dachte, du hättest er gehört. Ich hör dich ja nicht so richtig hier mit Marvin. Hast du dir doch tot angehört, ne? Ja, hätt ich auch gesagt. Okay, dann hat man doch im Stream gehört. Hä? Ich hab nix gehört. Oh doch, da kommen wir. Oh, der sieht mich. Aua. Nee, der zielt. Hör auf. Hörte, ich sag dir, wo der ist. Da. Ja, ein bisschen weiter davor ist der noch. Ich krieg den gerade nicht genau auf den Ding gepinkt. Der hängt da im Gebüsch drin. Hier ist der. Ich lenke den gerade ab. Der guckt auf mich. Also theoretisch könntest du versuchen, den Menschen... Oh, warte mal. Also da ist noch irgendwo einer. Hä? Wo denn? Hör auf. Ich hab da aber keine Sicht drauf. Nee, der schießt. Ich hab den schon viele Verbindungen. Ich weiß. Danke. Der verschießt dann der ganzen Muni für mich. Das ist voll nett. Da ist er. Ja, schießt deine Muni leer los. Oh. Der ist immer noch da. Der schleicht ja draußen offen rum. Macht das überhaupt keinen Sinn. Ist der da. Jetzt rennt der ja vorne durchs Tor durch. Ist der allein, ne? Ich hab immer gesagt, da wollte ich bei einer geschossen, aber... Oh, schön. Warte. Soll ich den... Soll ich den mal zum Husten bringen? Der ist hier. Hat einen Hit. Sehr gut. Oh, da ist noch ein zweiter. Hm, weiter links. Komm her. Der hustet. Oh, fick dich. Warum brenn ich? Mücken kommen. Die husten. Jetzt ja. Es gibt verschiedene Marvins. Es gibt auch brennen Marvins. Dann fangen die an zu brennen. Es gibt mittlerweile drei verschiedene. Bei dir? Hä? Sind die bei dir? Knauze hier. Hier unten bei mir. Knauze hier. Schön. War gut. Ich hab gedacht, du bist hier unten ein bisschen oben. Ich war nur dahinter. Ich hab hier durch das Ding hier... Ach so. Schön. Ja, war gut. Da waren die auf mich konzentriert. Was? Willst du Waffen mitnehmen? Oder wenn sie da... Äh... Da. Ach, da hinten. Ja, ich muss leider mit der Wetterli-Schaden machen. Okay. Leider. Bon. Ja, dann... Äh... Wir rennen ja so raus, ne? Da können wir ja auch hier mal... So. Verdammt, ich brauch so viel AP. Warte mal, ich guck mal kurz, ob der was AP in geschmissen hat. Ah ja. Du, 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 du. So, hat der... Wo hat der eine Muni hingeworfen? Da. Schön. Hier ist nochmal Giftgedüns, wenn du das haben willst. Wenn du das nicht haben willst, kannst du das ja mitnehmen. Und dann kannst du die Punkte ja theoretisch nachher wieder rausschmeißen. Dann kriegst du die ja dafür. Also ein weniger. Das wird jetzt nicht so viel sein, aber dann kannst du vielleicht was anderes dafür mitnehmen. Deswegen dachte ich, kannst du... Ach so läuft das jetzt. Ja, du kannst... Ja, da ist ja schon länger. Da du die einfach so eintauschen kannst, dann kriegst du ja die Punkte minus einen wieder. Warte, normalerweise kostet. So wird alles vergessen. Hm? Alles vergessen. Wie gesagt, ist ja jetzt auch noch nicht so lange drin. Denk dran, Hive mit Feuer. Hm, Hive mit Feuer. Geil. Ich guck mal. Geil. Ich glaube, wir sind jetzt aber nur die zwei, ne? Äh, ja. Ich glaube schon. Ich muss auf jeden Fall drei Ausdauerspritz mitnehmen, ist ja schlimm. Der arme Kürbel. What? Oh, hier irgendwo ne... Hallo. Hallo. Hallo, Hive. Hallo. Hallo. Deine Fans rennen hinterher. Da kommen noch mehr. Oh, das ist aber nett von dir, dass du dir denn so viel Zeug gibst. Ja, ne? Voll nett. Hier könnt ihr auch... Signieren, von mir. Signieren. Hier kriegt er direkt mit Autogramme. Ich bin für alle da. Ich bin für alle da. Okay. Und dann... Das ist doch nicht. Nein! Ach, scheiße! Nein, du brauchst ja mit Feuer, ne? Ich brauch so einen Reflex. Boah, boom, weg. Ach, scheiße. Jetzt hast du was gesagt. No! Ich dachte, hä? Wieso ruft ihr denn jetzt so ein Duft? Nein. Das ist einfach Feuer. Wir haben eh kein Feuer. Ach so. Ich glaub, kein Feuer und du auch nicht. Nee, hätt man nicht machen können. Ach, doof. Naja, zum Glück hab ich die Sohn gehauen. Stimmt. Äh, nicht die Füße. Ich geh schon. Ich hole ne Hive. Ja, ich stimm mit dem irgendwo ne Hive rum. Ach, du hast die... Ach. Du hast die Crack, ne? Ich hab die Crack mitgenommen, ja. Oh, warte mal. Oh. Du wolltest die ja nicht. Ich hab die ja gefahren. Siehst du irgendwo ne Hive? Nein. Nein. Ich geh jetzt einfach. Okay, ich komm ja schon. Wollt ihr ne Hive suchen? Ja, jetzt können wir nicht mehr tauschen. Boah, eh noch zwei Stück. Das wär was, wenn wir einfach so tauschen könnten. Du bist mal deine Waffe, ich geb dir meine. Nee, wir müssen jetzt vor allem auf den Boden werfen. Guck mal, ich hab mit mir eine Mietstange. Aua. Okay, dann geh ich ja schon. Ach, das ist auch nahe Kampf. Ach so. Hm, das ist auch nahe Kampf. Komisch. Warten mal. Aber sag mal, ist das auch nahe Kampf hier? Wenn ich so mache. Echt komisch. Das ist ja... Man lernt nie aus. Ja, mal gucken, was haben wir denn? Ah, und da waren nur die beiden, oder? War das überhaupt zwei? Das waren nur die beiden, ne? Das waren echt nur die beiden. Ich schmeiß dir das mal vor, Freude, da nehmen wir den in den Bottich. 757 Handdollar. Ja, schön. Schöne Patrone. Schöne Patrone. So, warte. Okay, hier noch Blutmarken. Sechs. Schön. Also, von der Worte, das kleine Like, der Abo gleich noch natürlich. Ich werde gestern und morgen um 13 Uhr an. Schau dann wieder einschalten. Tschüss. 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 Amen.